Leute, wir haben ein Problem, das ist kein Clickbait, wir haben wirklich ein Problem. Wir haben einen Motorschaden mitten auf dem Meer, sind jetzt einfach lost. Für das Bootprojekt sind wir heraus aus offener Meer gefahren, um ein Schiffswrack zu finden. Und als wir wieder zurück wollten, ist der Motor einfach nicht mehr angesprungen. Wer von euch findet das offene Meer einfach auch so gruselig? Wir mussten dann so ein Notfallsignal schicken, weil wir nicht mehr von der Stelle kamen und immer weiter rausgetrieben sind. Ab und zu haben wir noch ein Flugzeug gesehen, aber das war's. Damit wurde dann in der Zwischenzeit schlecht und keiner von uns wusste, wie es weitergeht. Nach über zwei Stunden kam dann endlich die Rettung und wir wurden abgeschleppt. Sollen wir unsere Schatzsuche nochmal probieren? Wir waren erstmal froh, einfach nur Land unter den Füßen zu haben.